Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Division. Ich bin der Fun-Gamer mit dabei, ist auch wieder der Ending natürlich. Wie kann es ohne ihn gehen? Oh, das hat mich jetzt geschockt. Dieser Scheinwerfer, ich habe gedacht, dass der Sniper, wenn er auf dich zielt. Ah ja, stimmt. Oh, nicht nur auf mich, du Bitch. Was war da ganz drauf? Ich glaube, er sollte es teilen. Warte, da ist was. Was ich mir kurz überlegt habe, ist eine kurze Schrot anstatt der Waffe anstatt der Pistole. Ach so. Ja, das habe ich einmal gehabt, aber ich fand das nicht so gut. Oh, der macht da oben nichts. Ja, ja, ich stehe nie bei einem roten Fass. Das ist genau so eine Regel wie nie gelben Schnee essen. Das Sniper nervt. Oh Mann, die Scheinwerfer verblenden mich selber auch. Oh Mann. Ohåååååå. Scheiß Sniper. das heißt geschützt genau zu denen das sieht nicht aus ja gleich habe ich den sniper es wird so easy von da runter pötzen Wo ist der? Oh mein Gott! Oh, ich bin tot! Hau ab da! Scheiße! Gegner nach unten? Da! Sehr super! Das ist leider mit denen selber heilen, finde ich. Gut, machen wir den jetzt weiter oder gehen wir jetzt zuerst noch zum gelben Einsatz? Die gute Nachricht ist, dass wir schon drei davon gefunden haben. Sie müssen sie nur abholen. Ja, machen wir den gleich weiter. Wenn wir schon mitten drunter sind, hätte ich gesagt. Ja, das stimmt. Wir regieren jetzt die Stadt! Ah, ich liebe das, wenn man so draufplätzen kann, mit den 130 Schuess. Wo kommt man da auf? Bei der Leiter, würd ich sagen. Passt du auch nicht? Yep. Ah. Alle Gegner am Dach neutralisch sind ja super. Ich schicke mir wieder meinen Haberer. Bist du da? Oh, der war ein bisschen knapp jetzt. Der kann uns selber auch treffen. Oh, Sniper drum. Warte, ich hole mal den Sniper. Welcher Sniper? Schon weg? Ja. Ok. Hinter uns. Abend. Oh, da noch drüben. Ich glaub du musst mitkommen. Oder kommt man da auch rüber? Ja. Weil sonst... Ah. Ich hab mir erst gedacht, wie kommt der hinter mir? Oh, was stimmt denn? 100 Schuss Blunder! Nein. Haha, fail! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Ich bräuchte Heilung, wenns geht. Nur wenns geht. Schau mal. Oh Mann. Entschuldigung. Oh, ich kanns... Ah, hier hab ichs können machen. Schau, dass du mir krallen kannst, dann wirst du eh wieder belebt. Ja, jetzt sinds die 100 Schuss. Wenn man die falsche Waffe ausjustiert hat, dann ist das natürlich nicht so lang. Da ist er ja. So, Habs. Irgendwie sagt man das? Ja genau, das läuft da vom Teil 3 raus. Ja, das passt aber eh hin. Die Richtung wollen wir eh. Da liegt was. Da liegt was. Da liegt was. Sie müssen sie nur abholen. Ah ok. Was? Ein Ratgeber ist dort gelegen. Oh. Mein du. Wenn wir schon dabei sind. Oh. Oh. Hm? Ja. Hell, na Jochen. Es ist ein Platz. Oh, das ist ja, was ich weiß. Oh, das war jetzt auch hier. Oh. Nicht jeder fragt so nett wie ich, ich bin unbewaffnet. Die Mine hinterher. Warum hast du die Mine hinterher rein? Dass ich es gleich im Anschlag habe. Ja, aber bis wir dort sind, bist du ja weg, oder? Wow! Und sie ist für sowas gut. Machen wir das jetzt, oder? Was ist das jetzt? Ein Kampf. Also es ist nicht der Feeder, sondern der Kampf. Okay. Machen wir den vorbeigehen. Die ist uns halt so reinklaufen jetzt. Ich wusste, dass das so nah ist. Da kommt noch mehr! Wir schießen, um zu töten! Wir werden uns nicht knacken! Wir werden uns nicht knacken! Sniper! Mehrere Sniper! Oh, nachladen! Danke! Einer dran! Oh! Links! Links! Zwei! Ein Sniper davon! Hallo! Oh! 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 Ein paar hinter uns. Elita. Oh, wer stürmt dich? Oh, er da. Danke. Noch dazu nachladen müssen. Oh! Den habe ich jetzt nicht gesehen. Liegt da drüben irgendwo bei dir? Ja, sehe ich. Danke. Oh! Oh, von beiden Seiten. Oh! Nein! Ich bin unendlich aufgestanden. Ich wollte gar nicht aufstehen. Ich glaube, du mich immer mit einer Granate wirfst. Ich verdrück mich immer. Jetzt bin ich auch tot. Schaut, dass die Haare uns nicht heilen. Oh man, wir hätten vielleicht noch warten können die 10 Sekunden. Ja, aber du musst trotzdem die Gegner wahrscheinlich dann töten. Dann steht meistens ja das Gebiet sichern. Ja, das war ein bisschen heftig. Ja, das war ein bisschen heftig. Ich habe mich immer verdrückt. Ich wollte eigentlich nur nach links ein Stück gehen und ich bin aufgestanden. Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Dann war ein Schuss und zack, weg mach ich. Und ich verdrück mich immer mit den scheiß Granaten. So, den Kampf machen wir gleich wieder mit. Oh, Tropo. Entschuldigung. Kein Problem. Ich hätte das so schocken, warum es jetzt nicht weitergegangen ist. Oh. Da war noch einer. Da war noch einer. So, die holen wir uns jetzt. An alle Einheiten, die Rikers haben einen Hilfsgüterabwurf am Friedhof in der 21. East und 3. abgefangen. Alle Einheiten... Oh, aber sie greifen uns ein hinter uns. Barrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt ihrer Position. Was ist hinter uns? Außen. Na ja, da sind ja die Gegner. Die kommen rein. Achso, okay. Jetzt ist er fehlgeschlagen, weil wir nicht drin waren. Oh. Das hat mich jetzt irritiert. Das ist... Das ist uncool. Na gut, dann müssen wir eh weiter dabei. Das hat mich jetzt irritiert. Du hast ja das gesagt hinter uns, dann bin ich nur zurückgelaufen. Sorry. Na gut, dann machen wir zuerst die UV-Filter. Bis dahin kommt der wieder. Ssss. 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 stickss. ssssss. Ah, nice. 21 aufgestimmt. Was denn? Das Geschirr ist hinter ihnen hingekommen. Geil. Ja, der geht runter. Oh, das wollte ich nicht. Du kannst euch da auch ab sein, gell? Ja. Oh, Sniper. Oder was auch immer das ist. Ja, ich würde gern sehen, wie die sich zerfleischen. Wie wäre es mit Bullen gegen Richter? Haha, wir sagen ihnen, wir lassen den Sieger frei. Wer die meisten Schweine umliegt, ist ein freies Schwein. Vielleicht Bullen gegen Gefängniswärter? Und dann, wenn er alles eine Kuppel umgelegt hat, sperren wir ihn wieder ein. Für die nächste Wunde, eine ganze... Vielleicht die ist da oben. Verstehst du, was ich meine? Wie ist ein Kampfhund? Bullen gegen Bewährungshelfer. Ja, das wäre geil. Oh, da ist wieder der Sniper da oben. Bullen verkriegt euch gerne. Wenn ich sterbe, nehme ich euch alle mit. Zusammen fühlt ihr euch da gerade. Ah. Shit! Power! Sie haben uns gerade einen ganzen Haufen totes Film hergebracht. Ja. Oh, das war dort, wo wir runtergeknüpft sind. Hätte man in eine andere Richtung schauen müssen. Na gut, dann den blauen Kampf da oben. Genau, weil der eine ist noch nicht da. Aber ich glaube, das machen wir das nächste Mal. Na gut. Dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ciao! Ciao, Papa! Ciao! Ciao!